Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Limbo ja ich weiß nicht wo wir letztes Mal stehen geblieben sind da ich fluchtortig die Aufnahme verlassen hatte und ich einfach oder Marsch-Kantlob irgendwo nicht mehr weiter ich weiß es nicht jedenfalls hatte ich ja aufgehört und muss ich irgendwie die Stelle wieder finden oder mal ist das mit den Tasten Kompisitor so ein ein hier und ja das tut wohl es nie hinbekommen abrichtig kann da wohl nicht funktionieren also ich bin natürlich ruhig hat gerade eine Folge Beta aufgenommen die hat es irgendwie hat nicht funktioniert hat beim Minecraft-Grab rumspackt allgemein spackt gerade ganze PC oder etwas rum deswegen die scheiß Spiel ist das wie gesagt er hat es ja das Drecksspiel wie die eine Folge hieß hier aber wenige Leute angeguckt, ich weiß auch nicht wo ein Limbo so schlecht ankommt aber ich finde das Spiel fast, naja cool, also die Stelle hier aber sonst es ist einfach unmöglich, es ist fast unmöglich kann man sagen oder mal, ich suche mal anders in die Wohnung, wo man gerade Staubsauger im Hintergrund ist es funktioniert erst recht, in der Fall ist wirklich, man muss es in den Herddingen dann läuft der so langsam, ooooh also schon, hör den Staubsauger ist echt nicht so ein uralter Staubsauger das kommt schon wieder mit meinen DDR-Zeug, so DDR-Staubsauger das sind so Schwungrad wo der Luft so entsteht und das war mal kaputt, da hat es dir nur ne, hat es nur Euro nicht geschreddert das haben wir dann gebaut wieder DDR-Zeug halt da hat es mir wir haben es geschafft, schon fast, ne Achtung, ich verkackst das muss man wieder drehen, das habe ich, das sucht sich in der Hand oh nein, das gibt die, das geht die Stellen los, das kann ich nicht ab oh, wir sind eigentlich schon zu gut wie am Ende kommt, was sagen wir müssen jetzt sein im letzten Drittel ja, die Stellen kann ich nicht ab die hält da, ne das heißt, wir müssen dann was wüsste ich mit der Lampe, dass sie hier auch mitgeht hä? was ist ja kacke mhm scheiße, ich spiel hä, wie soll das gehen? aber ich glaube ich habe nie Idee nein, ich bin dann zweit das kann ich gleich vergessen hier nur da nochmal runter oh man also das Spiel erfordert Konzentration ist schon mal so sagen also Konzentration, aber auch logisches Denken ist zu weit oben noch so hier ich vergesse mal die eine das bringt nichts, ne man und ich glaube die Aufnahme ist auch vorbei, oder? ich gehe jetzt einfach mal von aus vielen Dank für Sogo und tschüss wartet ja so tschüss ich 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 das die die is